Der spurtet gern auf unserer linken Seite, aber auch rechts steht er wohl gern bereit. Der schießt im vollen Spann gerne mal aufs Tor, das Kilometer wie ein Hochleistungsmotor. Das ist Marius Böder, Böder, unser Fußballwirt. Marius Böder, Böder, Fußballwirt. F.C. F.C. Wer haut dort Mund gern mal zwei Linger rein, wer rüpft sich in jeden Zweikampf ein. Wer schießt ab, wer reiht um aus Seen und stellt den Torwart gern vor ein Problem. Das ist Marius Böder, Böder, unser Fußballwirt. Marius Böder, Böder, Fußballwirt. F.C. F.C. H.U. A.I.N.